Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Im Jahre 2598 n. Chr. kam es zur wohl größten interplanetaren Kollisionen zweier Planeten. Die Wucht der Explosion erschütterte das gesamte Sonnensystem. Starke Energiefänder verursachten die Kernschmelze fast aller Reaktoren unserer Erde. Auf der nördlichen Hemisphäre entstand ein Gebiet, das Überlebende die schwarze Zone nannte. Menschliches Leben schien hier unmöglich. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Fernab von jeglicher Zivilisation entstand jedoch schon wenig später eine neue, seltsame Lebensform. Diese Lebewesen konnten sich so tarnen, dass kein menschliches Auge, kein Radar oder gar elektronische Messgeräte sie entdecken konnten. Was man allerdings registrierte, war eine unglaubliche Steigerung des magnetischen Feldes um das Gebiet. Außerdem konnte man sich nicht erklären, warum Satelliten und Raketentrümmer aus dem All immer wieder in das Zentrum der Zone stürzten. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Wir schicken dich ins All. Eines Morgens entdeckten japanische Wissenschaftler eine riesige Rakete im Zentrum der Zone, die wohl aus den Weltraumtrümmern gebaut worden war. Gleichzeitig beobachtete man, dass tausende Menschen aus den nicht kontaminierten Gebieten einem Sternmarschgleich in die schwarze Zone liefen und offensichtlich in der riesigen Rakete verschwanden. Diese moderne Archänoa startete am 6. August des Jahres 2645 und brachte wenigstens einen Teil der Menschheit ins Paradies. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Willkommen in der schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All.